Hallo ihr Lieben, das hier soll nur ein ganz ganz kurzes kleines Ankündigungsvideo werden und zwar habe ich mir überlegt, dass ich am Sonntag, den 23. Dezember, nochmal ein Hangout mit euch machen möchte. Ich möchte gerne mit euch nochmal so ein bisschen quatschen, so zum Jahresende und ich weiß, dass der 23.12. wahrscheinlich eher ein eher schlechter Tag dafür ist, da der Tag vor Weihnachten und alle sind im Weihnachtsstress und alle haben viel zu tun und Ghana hat eigentlich Zeit, aber ich habe mir gedacht, ich mache das trotzdem und wenn ich da halt alleine bin, ist das dann halt so. Ich werde nebenbei wahrscheinlich auch ein bisschen Hausflipper spielen, weil ich einfach nicht davon ausgehe, dass ihr alle so viel Zeit haben werdet und dass jetzt nicht so viele Fragen im Chat kommen werden. Einfach, dass ich so ein bisschen beschäftigt bin. Ich wollte das ja sowieso mal ausprobieren, wie das so funktioniert, wenn ich so nebenbei ein bisschen da vor mich hindudle. Ihr könnt mir natürlich sehr, sehr gerne Fragen stellen, ihr könnt mir Fragen zum Gläsejahr 2018 stellen. Ich möchte mit euch auf jeden Fall ein bisschen darüber sprechen, wie das 2019 hier alles so vonstatten gehen soll weiter. Es werden sich auf jeden Fall ein, zwei kleine Sachen verändern. Nichts Dramatisches um Gottes Willen, aber ich möchte gerne, ja, ein, zwei Kleinigkeiten verändern und ja, mehr dazu dann am Sonntag. Wenn ihr Lust und Zeit habt, schaut gern so ab circa 18 Uhr. Ich möchte mich jetzt nicht ganz auf 18 Uhr genau steif festlegen. Schaut da einfach auf meinem Kanal vorbei. Ich werde auf jeden Fall mit diesem tollen Dings, was wir jetzt auf YouTube machen können, hier diese Connecting-Funktion, da wo man auch so Beiträge schreiben kann, werde ich am Sonntag auf jeden Fall nochmal einen Beitrag reinschreiben, wann es genau losgeht, dass ihr da auch Bescheid wisst. Aber ich dachte mir, das ist vielleicht nochmal so eine gute Möglichkeit, das Jahr mit euch so ein bisschen so Revue passieren zu lassen und nochmal einen Abschluss zu finden für 2018. Denn es ist nicht mehr lang und das Jahr ist rum. Es ist echt krass, dass dieses Jahr schon wieder vorbei ist, ey. Ich packe das irgendwie immer noch nicht, dass das Jahr schon wieder rum ist. Und ja, deswegen, wenn ihr Lust und Zeit habt, schaut am Sonntag gerne vorbei, ab 18 Uhr ungefähr auf meinem Kanal. Und ich würde mich freuen, wenn ich dann am Sonntag da nicht ganz so alleine rumsitze und ihr mir vielleicht fleißig 1, 2, 3 Fragen stellt. Ups, jetzt habe ich meine Kamera getreten. Und ja, mehr gibt es an dieser Stelle eigentlich auch nicht zu sagen. Ich wollte es nur nochmal ganz kurz ankündigen, dass wir das am Sonntag einfach mal machen werden. Und ja, dann vielleicht bis Sonntag. Ciao!